hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde battlefield 3 multiplayer wieder mit dem special und wieder mit allen möglichen leuten dabei und zwar mit dem homer mit dem mark mit dem patroi und mit dem gracer hallo und ja genau wir hassen all diese map aber das bringt ja jetzt nix ist denn in der darum hat ein bisschen gepennt dass jetzt gerade wir auch vom desktop hier wieder zurück ja wir spielen rush und zwar mit der kompletten community die bock hatte ich weiß nicht ob alle auf den server gepasst haben und auch vielleicht wirklich sogar ein paar warten mussten wenn das so ist schreibt auch in die kommentare wenn ihr dabei sein wollte dann hat es nicht gab es nicht gepackt dann machen wir das nächste mal in 4 60 mal server auf oder suchen uns ein wo wir dann eben alle zusammen spielen können ja so wir sind erst mal angreifer finde ich sehr nice hier auf der map premium gleich gleich sind sie schon da los was die los jawoll hallo und herzlich willkommen zu welchen 3 und 6 verteidiger scheiße kann mich immer retten danke junge ja gut wenn wir A durch haben ist schon eine halbe miete ist ja auch klar ist ja einer von zwei punkten so erster halbpunkt durch boah alter da schießt aber jemand richtig gut da drüben warst du das hast du mich gerade getroffen das war krass also das war ein gutes aiming ich habe direkt nur noch 50% leben gehabt so und A und B wird auch kacka weg wie war das letztens doch hier mit diesem abend ja sicher doktor dop 0 0 und 1.400 vier jährigen alter kommt schon ich will ein kill haben das gibt es doch nicht alle da will jemand revivet werden alter da sind ein paar auf der seite sind ein paar viele müssen ein bisschen ich habe B ich habe B nice du bist schon bei B nicht schlecht aber das sind richtig viele ja ja die werden noch diffusen nein wieso Homa bist du Team geswitcht ist auch mal mein Gewinner sein oder was ja guck mal wie viel ihr da seid du kannst noch wechseln schnell hop 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 1 2 3 Kringo schnell spawnen bei mir selbst spawnen vor dir vor dir tut mir leid Team aber da muss er echt nein flüchten sie alle auf meine seite hier boah dieser Dr.Dop der hat ein gutes aiming ey not bad also in dem sinne mal ein kompliment da dran Dr.Doc der ist erster auf der anderen seite ist echt krass der hat Dr.Dop Dopp ist ein 2b ich habe gehört in einem Doppel damit er besser zielen kann gesundheit gesundheit dankeschön alter jedes mal ne auf dem Dach oben bei B ich bin 2 ich bin 2 ja 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 noch einer nö da war nur einer hat jemand hat jemand Muni mit ganz klar unser punkt und oh man Leute was habe ich vor allem habe ich jetzt eine andere Waffe was nicht töten nicht töten jetzt habe ich egal ja ob ich mal sterben kann habe ich gewusst oh fuck candy man candy man candy man hab ich eigentlich geschafft ja oh jetzt haben wir ein tank ich bin ich bin ich bin oh gringo äh sollen wir rechts oder links lang boah der candy man kriegt gleich richtig süße Bitslaps ey links ja ok oh fuck boah alter So geil links, alle gehen rechts. Hab euch alle. Oh oh. Wo bist du? Nein. Ah. An. Nein. Wir haben sie geschafft, bist du durch. Wir haben sie geschafft. Nice. Und direkt weiter, direkt weiter. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich gesponnt bin. An der Welt. Haben wir gerade herausgefunden. Aber ein bisschen Bein trainieren hier. So, geplantet. Auf der Brücke oben. Da kann ich jetzt schon weiterlaufen, ja dann scheiße ich auf euch. Ich gehe einfach einen anderen Weg. Mal kurz überprüfen hier. Na schaffen sie auch nicht mehr? Hä? Vergeht das nicht auf? Hallo. Ach ja, die Insel Basti, wer bin ich? Was willst du denn? Die Insel, ich hab mal weiter den Film? Insel? Was? Ja, dieser Film mit, wie heißt die, Scarlett Jonsson und eben mit Gregor. Der ist eigentlich ganz geil. Aber ich hab mal gesagt, dass ich ihn gut fände. Der ist geil im Wasser. Fuck, ich bin tot. Ich hab gesagt, dass ich ihn gut fände, aber das hab ich wirklich mal gesagt. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass irgend jetzt... Nein, ich stehe doch schon eine halbe Stunde, weil wir mich hier töten. Ich kann dich da nicht retten. Scheiße! Nein! Beruhig! Oh fuck! Oh mein Gott! Aufstehen, aufstehen! Geht das Spawn back? Ha! Fuck! Nein, lol! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Eiermittel! Milch! Natürlich! Alter, ja man! Oder Schokolade, wie bei Dragon Ball, ne? Ne! Was war das? Ne, bei Dragon Ball war das hier diese Bohnen, ne? Bohnen! Kidney Ball! Und bei Harry Potter war das Dingens Schokolade. Ja. Fick dich! Fick dich! Fickst mich nicht! Nein! Von... Oh lol! Alter, ich hab mich so erschrocken. Alter, was denn das? Ich bin tot, bin lebend und dann wieder tot. Und dann lebe ich wieder. Loll! Ich bin dein Retter! Mein Retter im Kot! Mein Retter im Kot! Der Retter im Kot! Solant, Solant! Alter, das können wir aber gut verteidigen, krass! Das ist ein bisschen schwierig jetzt! Ja, weil die die ganze... So, ich geh mal rüber zu A! Lol! Willst du mich fahren? Alter, da ballert der Tank voll drauf! Ja, ja. Ich hab B! Juhu! Ja, das ist gut. Du lockst die gerade von A weg. Da ist jemand auf der Brücke, glaub ich. Oh, oh, oh! B geplantet! Äh, A geplantet! Nein, Alter! Alter! Ohne Witz! Block mich doch nicht! Hoppla! Warte! Ich schaffe es! Jawoll, Alter! A ist durch! Alter, ich hab zwar kaum Leute gekillt, aber ich bin trotzdem mit Abstand erst da! Okay, B haben wir! Ja, B haben wir! So, jetzt muss ich mich aufs Killen konzentrieren! Der fällt um! Tja, ich würd sagen... Shit Happens, Leute! Shit Happens! Was? Das war's! Nein! Aber gleich verteidigen, ey! Alle Gewicht zum Tanzen! Jawoll! Und das was! Haha! Dein Team hat gewonnen! Seht sich irgendwie jetzt, derzeit öfter! Ja! Hat genau gepasst auf beiden Seiten, gleich viele Männer, aber es hat nicht sollen sein! Jetzt müssen wir verteidigen! Das klingelt wohl hin! Jetzt habt ihr mich, ne? Ach stimmt! Na ja, dann ist klar! Ja, ja! Schnauze! So! Mit 6,5 Erster und wo andere wesentlich bessere Sachen haben! Nein, Gott! Der Tor des Monats ist auf unserem... auf diesem Server! Ach ja? Oh mein Gott! Der Tor des Monats! Wie ist das? Er ist auf... Er ist auf... Was? Ist das nicht Pete's Meets 2-Kanal? Nee, das ist Hardys 2-Account, genau! Jetzt weiß ich wieder! Nee, weißt du, wer das ist? Warte, warte, nein, nein, nein! Das ist... Also das... Das wird er nicht... Das wird er nicht sein, aber... Doch! Meinst du, das ist der? Ja, dann ist das der Fabian! 18 zu 0 Bilanz, typisch, Fabian! Ja, das... Das ist tatsächlich... Das ist tatsächlich Fabian! 18 zu 0, das ist tatsächlich Fabian! Ja, nice! Hallo! Willkommen, Fabian! Nice! Ja, schön, dass du reinschaust! Wir kennen uns ja auch von der Gamescom! Schnell in der Squad von ihm! Damit wir geehrt sind! Äh, damit wir ihn herren! Ah, jetzt weiß... Komplett ist Kotler! Was ist da los? Ja! Tschüss, ne? Alle zu Fabian! Ah, seid ihr behindert, Alter! Yeah! Ja, wir heißen dich herzlich willkommen! Das heißt aber nicht, dass jeder in dein Squad kommt! Oh nein, jetzt fasse ich euch auf! Das ist... Das ist natürlich scheiße! Wow! Wow, 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 wow! Nein! 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 Ja, war ja klar, dass der Pazuzu auch gleich mitkommt! Ja, nice! Den wüssten wir euch auch einen TS holen! Können wir das machen! Ob der mal einen TS kommen kann, hat mich gefragt! So, komm, komm! Verteidigen, Leute! What the shit! Oh, nein! Ihr könnt nicht alle von uns töten! Ihr könnt nicht doch, ihr könnt! Oh nein, Granate! Oh! Oh, Mann! Lol! Fuck! Yeah! Yeah! Ja! 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 Die beiden Punkte haben wir schon verloren! Ja! Die beiden Punkte haben wir schon verloren! Das heißt, wir müssen auf die jetzt ganz besonders gut aufpassen! Kann ich rein? Oh Gott! Alter! Bist ein bisschen ekelhaft, Junge! Hinter mir! Basti! Darf ich rein? Äh, Retzen bitte! Hallo? Red! Oh, tank 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 tank! Da stiehlt er uns die Show hier! Oh, oh! Wer ist das? Nein! Ich kann dich nicht wiederbeleben! Hä? Beitrag von Fabi? What the fuck? Boah, ich wollte aus dem Squad gekickt oder was? Das... Ja! Ja! Ich bin zu tiefs bedeidigt! Nein! So! Äh, bei mir geht die Post ab! Ja, wir sind bei mir! Das nimmt man halt die konsequente Trennung von der Sprei und von dem Weizen! Hm? Hm? Amster! Alle Pro-Gamer sind drin geblieben! Und... Newbies rausgekickt! Boah, da bei mir geht's! Der Tank! Der Tank! Der fährt zu A! Der geht! Der geht, genau! Nein! Alter, bei A ist keiner! Äh, komm, komm mal bitte drei von euch oder zwei von euch bitte hier rüber, bitte! Ja, ich lauf! Ich lauf wieder! Oh man, da kämpft einer! Ah, der Tank kommt da! Jemand Pionier? Komm gleich! Nein! Komm gleich! Nein, ich hab ne Ligler! Fuck! Nope! Alter! RPG in your face, bitch! Was? Drunter durch! Hä? Wieso? Einfach schön bleiben hier bei A! Spawn, spawn mal bitte mit nem Raketenwerfer oder so! Ja, bin ich schon! Ich fall da schon auf ihn! Aber der hat Ninja-Moves drauf, die ich nicht gerechte habe! Tank und fähig! Tank, äh, komm und fähig! Ah, Tank und fähig, genau, ja! Oh, B, 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 B! Äh, nicht alle rüber zu B! Ne, ich geh! Ja, ja, ich bleib bei B! Diffusion? Bleib bei! Ja, geht grad schlecht! Komm schon, Leute! Komm schon, komm schon! Ich bin da, aber irgendwie... Mir muss mich retten, man muss halt Diffusion! Ja, warte, warte, warte! Ich retz dich! Kommt auch nicht! Komm schon! Nice! Ah, fuck! Oh, ACBS, ja bist da! Was ist das denn? So, da ist schon eine Granate in den Gang rein! Viel Spaß damit! Ja! RPG da rein! Noch mehr Spaß! Ah, ich bin tot! Nein! Vorsicht! Zurück zu A! Da ist gar keiner mehr! Nur noch eine Claymore! Ähm, gehen mehrere rüber nach A! Ja, ich bin bei A! Rechte Flanke! Ich bin bei einer! Ich bin bei der Straße! No, ich hab keine Muni! No, ich würde es mal! Wo, 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 wo! Was war das denn? Fuck! Scheiße, Tank ist wieder da! Puh! Motherfucking Tank! Rambo! Rambo, number five! Please leave someone! Alter, ja, genau! So ein tiefphilosophischer Satz! Tiefphilosophisch! Der Philosoph, Suffan Royal! Hat gesprochen! Guck mal, jetzt hast du ihn gebracht! Alter, willst du mich verarschen? Oh Mann! Ja, aber ist ganz gut, dann weiß der Fabian zumindest, wer hier ist, weil der kennt den Kanal! Hoffe ich glaube ich, von Pete müsste das schon mal gehört haben! Rambo! Rechte Seite, äh, linke Seite! Ja, war unsinnig, aber ich hab dich gerettet hinter dir! Alter, was machst du sonst so kalt! Du wirfst die Granate in die andere Richtung! Hier, nehmt das! Oh, die haben D! Die haben D! Der Tank ist auch da! Fuck! Scheiße! Der einzige der bei A rumläuft, das schäme mich! Ne, 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 ist alles gut, alles gut, alles gut! B wird defused! Und ich hab keine Mut mehr! Panther und auch Einschlüssel, der ist ja kampfunfähig! Sicher? Der ist noch nicht mal am Rauchen! Ich hab ihn getroffen! Wir können unsere Moni... Ah, da hat jemand! Wir ältert hoffen! Tschüss! Jawoll! Das gewinnen wir! Ja, PG rein! Alter, was gibt'n hier! Wiederbeleben! Warten unserer Moni-Type die Moni hingelegt! Oh, Alter! Das sind viele! Na, schön! Schön reviven! Ja, ich tepelt mal diese Kästen hier! Ich hab aber nix besseres zu tun! Nein! 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 Egal, das was mir wehrt, ey! Ich will so viele Tickets bewahren, wie es geht! Loll! Das wird das Moor! Von, von Sultan Royale! Was? Weil ich hab' ich hundert Knie beugen! Oh, ja! Oh, ein, ein! Second Place! Second Place! Ich kenn' dich von Basti! Ja! Das ist natürlich... Das ist so geil, dass der so jetzt erst auffällt, ey! Hat der schon vor einer halben Stunde geschrieben, der Mongo! Ja, weil wir wollen das jetzt erst angezeigt! Ja, weil wir wollen das jetzt erst angezeigt! So, komm, noch! Wie viel Tickets? Fünf! Alter, das! Ja, ist ja tote Hose, Mann! Ja, ist doch gut! Ob die Gegner mal schlauer werden können, hab' ich gefragt! So, ich denk' mal, das war's! Ein Ticket noch! Yes! Bam, 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 bam! Schönes Ding, schönes Ding! Oh, es regnet auf meinem Bildschirm! Ja! Ist so geil, ne? Das ist weiter, das so... Ja, das ist doch dann... Das ist doch der Regen von Grand Bazaar! Da regnet's auch immer, das ist der Hammer! Den müssen sich echt unwohl fühlen! So, ich würd' sagen, machen wir einfach weiter! Rush macht eigentlich Bock und ist auch, glaub' ich, mit Community am sinnvollsten, find' ich! Und Fabian! Ja gut, ja! Jetzt ist seine Community hier! Werden wir auf jeden Fall... Ich weiß... Ist das... SPS ist, äh... Ja, das ist der... Selbstmord... Bus... Nee, Selbstmord... Ding vom Squad! Selbstmord vor allen Dingen, Alter! Irgend so ne... Suicide... Bullshit-Kommando, oder? Nein, das ist... Nee, Suicide-Bullshit-Squad! Ach, Quatsch! Nee, Suicide-Bull... Okay... Äh... Ja, egal! Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Ciao!